Ist Lionel Messis WM-Titel Schicksal? Klar, viele Fans gönnen Islay Pulga sowieso, bei seiner letzten WM den größten aller Pokale mit nach Hause zu nehmen. Aber ist der Titelgewinn sogar vorherbestimmt? Warum fragen wir das? Weil es eine sehr interessante Serie an Ereignissen gibt. 2001 unterschrieb Ronaldinho bei Paris Saint-Germain. Ein Jahr später wurde er Weltmeister. 2017 wechselte Kylian Mbappé zu PSG. 2018 wurde er Weltmeister. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. 2021 unterschrieb Lionel Messi bei PSG. 2022 steht er im Finale der WM. Klar, wahrscheinlich gibt es haufenweise dieser Statistiken, aber ein gutes Omen ist es allemal.